So, es ist wieder gecrascht, denn ich habe mir das Moschee verkraft. Das ist schon ziemlich schmerzlich, wenn es gecrascht hat, denn ich habe es verkraft. Ich zeig. Es ist nicht gebraucht. Ich frage... Da haben wir die Karten, machen wir das gleiche. Verkaufma, verkaufma, verkaufma. 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 Verkaufma, verkaufma, verkaufma. Verkaufbetis. Verkaufma, verkaufma, verkaufma. Lebschwinnen ist nicht schlecht, hätte ich trotzdem gewöhnt. Ich finde auch nicht vorhanden. So. So, jetzt gleichen wir mal Shale ab, und er hat selbst sein Blitzkristall ausgerüstet. Und jetzt können wir kaufen. Feuerkristall können wir kaufen. Und Geistkristall. Jetzt gehen wir auf Dockhafen. Blitzkristall. Wäre auch schon warm. Wir müssen jetzt noch auf Nerven. Klaus. 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 . Er ist auch noch mit F6. Juhu! Juhu! Hat die ältere Magierin jemals einen anderen Golem getroffen? Im Keller des Turms oder ein... Oh, man hat den nicht verkauft. Okay, das ist dann da, wo ich es da ist. So. Deaktiviert darauf bewahrt, was aus ihm wohl geworden ist? Nach all den Vorkommnissen im Zegel möchte ich annehmen, dass er dabei vollständig zerstört wurde. Warum wurde er deaktiviert? Hat er einem arroganten Magier nach zu vielen Befehlen den Schädel eingeschlagen? Ich weiß es nicht, Jail. Vielleicht war er nur irreparabel kaputt. Er musste wohl im Turm bleiben, weil niemand ihn transportieren konnte. Er ist sehr, sehr alt. Kam vor langer Zeit aus der Winter. Vielleicht hat ihn damals jemand gekauft, um den Turm zu beschützen. Sein Volk hat Freude an Sklaven. Ist es nicht so? Er... er war kein Sklave. Er war... er ist ein... Ein Werkzeug. Wie ich dachte. Nein. Leugnet es nicht. Nein. Okay. Ab ins Lager. Endlich, Mui. Was benötigt ihr? Ihr habt gerufen... Wie? Ich bin wegen euch hier. Zirren... Zirren benannt. Die halt mal... Hört auf Zeit zu verschwenden, Wächter. Ich bin... Was habt ihr auf dem Herzen? Ihr... Der Zirkel der Magie ist bereit, euch zu unterst... So... Es spricht. Braucht... Nichts so vernünftig, es... Wie kann alles weiterkästet? Winn. Winn. Am Kauf. Arm. Winn. Winn. Er steht das alt 90 hoch. Die Winde. Schön. Und Glut. Hagelstern, Glut. Aber ohne nur... Verzauberung! Kann ich jetzt verzaubern lassen? Sondern verzaubern lassen? Ich bin jetzt in Hysteria nicht besser. Hammer, Spiele Meisters. Spiele Meisters. Spiele Meisters. Hammer, Spiele Meisters. Ich bin jetzt in der Hunde. Ja. In der Tat, ja. Spiele Meisters. Ich muss noch was haben. Der Kampf dazwischen. Das ist ein Torn. Eisenöffner. Einiger. Beste Waffenfeind. Schilder Amulett. Ich kann ihn nutzen, um auszurüsten, so wie ich da Ja, cool, top Ja Knall des Wild Guests Das sollte kein Problem sein Und wieder einen tiefen Wägen ab Und du kannst auch nicht Gut, fangen wir an! Es ist schön, von euch zu hören. Es ist schön, von euch zu hören, von euch zu hören, von euch zu hören. Es ist schön, von euch zu hören, von euch zu hören, von euch zu hören, von euch zu hören. Wird erledigt. 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 Der Erbauer schützt uns! Natürlich. Großer Schütter tut er, du hast geberät. Wird erledigt. Ich könnte mich nicht so gut aus, als du gehofft. Der Erbauer schützt uns. Der Erbauer schützt uns. Der Erbauer schützt uns. Krzybakt ist fertig. Die Gerne schützt uns. Die Gerne schützt uns! Die Gerne schtzt. Die Gerne schtzt uns. Das ist ja ein Problem. Das ist ja ein Problem. Sie werden gar nicht ein bisschen massig getroffen. Oh, ja. Wir haben zu kennen, dass wir diese... ...weiss nicht. Wir müssen leider nicht mehr, wie wir mit dem Kampf enden. Aber ich habe schon mitgebracht. Aber ich habe schon mitgebracht. Ich bin mitgebracht. Und klar, ich habe es geschafft. was soll Ja, vielleicht finden wir irgendwo so. Auch zu verfolgen, die... Der wird erlief. Das ist doch... Das ist doch... Zerschmettet! Das tut diesen Emeroes einfach am besten zur Take-Ease. Okay. Er hat geschickt die Federin weg. Ich verteidige ihn. Er hat es Gestalt-Watmöglichkeit. Ah, der Feuer ist eigentlich ein Biss. Ich verteidige ihn drei. Er hat er, wer hat er. Er hat er, wer hat er. Er hat er. Das ist ja auch mein Ausweg. Die Stöhe kommt vor. Was auch hier ist können. Die Stöhe ist einfach super. Ich schaue den Tag. Die Stöhe kann jetzt auch die Stöhe aufnehmen. Ich bin noch nie vom Tor. Ja, ich habe die Spur. Ich versuche gnädig zu sein. Ich weiß nicht, was ganz gut war für sie, von wann vielleicht? Reinige in die Aura. Mehr Magie und Absolventskraft. Ich muss rausgehen mit Ruhe, mit zwölf Schreitkulpen, mit Nominel mitnehmen. Wer hat Pfeile gefunden? Hey, wie ihr meint. Mehr Bolzen. Ich weiß nicht, was ich hier noch nicht. Ich weiß nicht, was ich hier noch nicht. Ich bin nicht. Ahhhh! Dah! Oh haaa! Das war's für heute. 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 Oh boy. Das war's für heute. Oh boy. Das war's für heute. Oh, klar. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, 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 yeah. Oh, okay. Danke für heute. Tschüren, schönen Abend.